hallo und herzlich willkommen auf dem kanal von planet firework freunde jetzt gibt es wieder ein test video von mir das zweite am heutigen tage und da geht es um die highlander batterie aus dem nidl discounter für 22,99 53 schuss cake mit 495 gramm effekt masse ja ihr habt ihr halt palm effekte überwiegend und ja ich will euch gar nicht weiter aufhalten schaut euch mal das test wieder an und schaut mal ob der artikel was für euch ist highlander in aktion so BANG! Untertitelung des ZDF für funk, 2017